Alle meine Freunde finden, dass ich leiser bin, alle meine Freunde sagen, dass ich leiser bin, dass ich leiser bin, leiser seit ich bei dir bin. Es ist halt einfach super krass, wie schnell sich das entwickelt, wie viele Leute du irgendwie begeisterst für das, was du tust. Es wird dramatisch werden. Es sieht immer so silber und so low mäßig aus, aber es ist scheiße, da geht es nach oben. Ich freue mich krass, dass ihr alle da seid. Wann hat man schon mal so viele wundervolle Menschen aus einem Fleck? Jetzt wird gefeiert, Leute!